Also ohne Scheiß, ich bin hier einmal auf dem Weihnachtenpark, den Berlin Breitscheidplatz, jetzt ist gerade eine Evakuierung, läuft hier gerade, das heißt hier der Bruder von Anisambri oder so wird er gerade auf dem Weg sein, die Leute flüchten jetzt alle und die, wir warten mal hier auf die, warte mal, warte mal bitte, warte mal. Also live vom Freitscheidplatz hier ist wirklich gerade eine Evakuierung, also einen Truck hatte ich vorhin nicht gesehen, aber irgendwie scheint hier eine Bombendrohung eingegangen zu sein, alle Leute flüchten jetzt einfach in diese Richtung, also jetzt hier. Vielen Dank.